Neue, attraktive Mandate, die zu Ihrem Kanzleiprofil passen, sind elementar für Ihren langfristigen Kanzleierfolg. Egal ob als Steuerberater, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer. In diesem Video erfahren Sie, wie die Online-Plattform DATEV Smart Experts zueinander passende Interessenten und Kanzleien zusammenbringt. Unterstützende Funktionen in Kombination mit einer intuitiven Bedienoberfläche ermöglichen Ihnen eine einfache und komfortable Anbahnung neuer Mandate. Auf Basis von Ihnen festgelegter Kanzleispezialisierungen und Perfect Match Kriterien bewertet das System, welche Interessenten zu Ihrem Kanzleiprofil passen und präsentiert Ihnen diese transparent und übersichtlich in der Interessentenverwaltung. Das spart Zeit und unnötigen Aufwand. Im folgenden Beispiel erfahren Sie, wie Sie mit Smart Experts ganz einfach dafür sorgen, dass aus einem Interessenten mit wenigen Klicks ein Mandant wird. Um von den passenden Interessenten gefunden zu werden, ist es zunächst wichtig, ein möglichst aussagekräftiges Profil mit individuellen Bildern und einer konkreten Detailbeschreibung anzulegen. Hier heben Sie auch die Kernkompetenzen Ihrer Kanzlei hervor. Im nächsten Schritt können Sie zusätzliche Kriterien für die Mandatsuche festlegen, zum Beispiel Ihr Einzugsgebiet. Basierend auf diesen Angaben generiert der Algorithmus Perfect Matches für Sie. In Ihrer Interessentenverwaltung haben Sie den Überblick über alle Interessenten. Dabei erkennen Sie auf einen Blick, ob es sich um eine Privatperson oder ein Unternehmen handelt und wie die Bewertung des Interessenten basierend auf den Kriterien für die Mandatsuche ausgefallen ist. Zudem werden Ihnen das Eingangsdatum und der Bearbeitungsstatus der Anfrage angezeigt. Hier können Sie sogar Anfragen hinzufügen, die außerhalb von Smart Experts eingegangen sind, zum Beispiel bei Ihnen vor Ort oder über ein anderes Kontaktmedium. Sobald mit einem Interessenten eine Zusammenarbeit zustande kommt, können Sie seine Daten in wenigen Schritten von der Interessentenverwaltung in die zentralen Stammdaten im Kanzleisystem übertragen. Mit wenig Aufwand filtert Smart Experts für Sie aus der Zahl der Interessenten diejenigen heraus, die zu Ihrer Kanzleistrategie passen und hilft Ihnen mit einer komfortablen Mandatsanbahnung. Machen Sie den ersten Schritt, indem Sie noch heute Ihr Kanzleiprofil anlegen unter smartexperts.de slash experte.